Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Folge 7 Days to Die Ja und sorry für die, die am Montag sehnsüchtig auf die Folge gewartet haben Ja, so ein Wochenende, wo man Urlaub macht Also ich war auf so einer, ja ich nenne es jetzt mal Kreuzfahrtfähre auf der Kollerlein Nach Oslo unterwegs Und das war anstrengender, als ich gedacht habe Ich hab eigentlich gedacht, ach Mensch, Sonntag, dann kommst du entspannt nach Hause Kannst du noch ein bisschen aufnehmen, Pustekuchen Ich war ganz schön platt von dem Wochenende Also so ein Urlaubswochenende kann dann auch schon mal ziemlich anstrengend sein Das nur mal kurz zur Erklärung, warum mir jetzt am Montag keine Folge kam Also ich hatte es unterschätzt So, was ich hier zeigen will ist Ich hab hier nochmal so eine kleine Ader gefunden Beziehungsweise hab schon ordentlich was abgebaut Wollt ihr euch das jetzt nicht alles zeigen Ähm, ist auch immer ein bisschen langweilig Wir haben mittlerweile 637 Nitrat Also relativ ordentlich schon Ähm, wir gehen auch gleich nochmal hoch Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Hinter diesem Sand ist meistens immer irgendwas Ergiebiges Und äh, hier ist ne ordentliche Ader Also hier werden wir nochmal ordentlich Uuh, 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 bau Müssen wir aufpassen Hier, mein Life ist schon bei Ähm, 86 Das ist nämlich passiert Weil mir Gravel Auf die Nase gefallen ist also hat keine gnade keine gnade so wir müssen noch mal gucken ob wir vielleicht noch mal so weit mit dem mining kommen dass wir nur noch einschlag brauchen dann wäre das hier auch mal ein bisschen spannender aber wie gesagt ich wollte euch das nun mal zeigen ob der gandam einer der community mit zocker der hat die map von mir auch bekommen beziehungsweise er hat mich gefragt ob er die map haben kann wo ich quasi drauf spielen und er hatte mich nur mal gefragt und na so schon die große ader entdeckt so weiß ich nicht jetzt wo dann hat er natürlich auch nicht verraten das auch gut so ich werde nicht gespoilert werden der ist auch einige tage weiter als ich weil auch einfach schon viel viel mehr gezockt hat beziehungsweise offline ist ja auch noch mal was anderes als die folgen aufzunehmen und so jetzt fehlt uns natürlich lump auf klo wollte ich gerade sagen aber lump of coal also kohle auf deutsch 100 werden wir mal ansetzen zack weisen haben wir ziemlich wenig mitgebracht quatsch hier gunpowder auch quatsch hier gunpowder hier ist nämlich 1 1 und wir packen mal ein paar frames rein mal gucken wie lange der braucht drei minuten jo und ein wood dann kann er das nämlich herstellen mixen dann haben wir nochmal wieder 100 mehr so dann könnten wir uns eigentlich aber auch nochmal auf die suche machen nach kohle obwohl hier noch mal rein machen sortiert und dann werden wir uns gleich auch noch mal auf den weg machen ich würde ja doch hier können wir es eigentlich auch rein machen das ist ja unsere müllkiste wo wir noch nicht so wirklich viel geschafft haben haben wir denn auch irgendwie lump of coal haben auch schon alles verbraten ja also 610 damit kann man schon mal ein bisschen was anfangen wir werden uns noch mal aber wir trinken erst mal was wir sind bei 97 dann sind wir gleich voll wenn wir jetzt aber gleich eine tablette nehmen dann können wir uns nämlich gleich noch mal dadurch ein bisschen pushen wir nehmen die tablette und schon sind wir nur noch bei 58 drink haben wir noch was anderes okay wir haben weder gelbe pflanzen also die sollte ich mal einsammeln ganz toll so alles weg gesippelt wir haben nur noch die okay machen wir die einmal fertig t ist t da machen wir keinen unterschied gucken aber da haben wir noch zweimal sehr gut ready einmal anstellen zwei perfekt 238 so drink dann ist der tee fertig sollten halt nur noch mal gucken in das wir bei gelegenheit uns dann auch mal gelbe pflanzen holen so und hier kann auf jeden fall auch noch mal ein bisschen holz rein die klamotten hatten wir schon mal ein bisschen umsortiert holz steine aber nicht so und dann sind wir bei 105 das geht weiter die tablette wie lange wirkt die noch das müsste glaube ich irgendwo stehen situation 130 insgesamt aber wahrscheinlich die restlaufzeit ach da gucken wir hier okay dann können wir uns eigentlich noch eine tablette reinziehen sagt dann nehmen wir den schon mal die zeit ist ja gleich rum hier zack jetzt ist es rum wir ziehen uns noch eine rein wir sind wieder bei 58 und trinken lecker tee so jetzt auch noch mal den roten mal gucken schmeckt genauso wie hier so dann haben wir uns hier noch mal was zu essen rein so jetzt würde ich eigentlich gerne mit euch noch mal zur 00 stadt düsen die ist ja nicht so weit weg nicht weit weg aber gefährlich minibike steht parat und die hunde sind auch nicht mehr gekommen die haben mich quasi enttäuscht wahrscheinlich kommt noch mal so ein nachläufer hier haben wir alles so nachläufer wenn wir in der 00 stadt sind aber das wäre komisch also es kann durch das ein und auslocken passiert sein ach gott ich hätte gedacht doch hier sind barbed wire zaun eingelegt nicht doof jetzt bin ich gerade irritiert habe ich den nur bis ich habe gedacht ich habe den fertig gemocht zu viele spielstände ok hier liegt er wieder der ist auch schlecht zu erkennen der wird für die zombies sicherlich auch schlecht zu erkennen sein auf ich mal ne das passt genau gelbe pflanzen ich glaube hier hinten waren noch mal ein so hier müssten noch ein paar gelbe pflanzen wobei hier nicht stimmt auch schon einige eingesammelt sollte ich die vielleicht auch noch mal neu setzen aufpassen dass ich hier nicht gleich vom zombie angesprochen werde nicht dass wir absteigen und irgendein zombie übersehen haben und der quasi nur ein paar zentimeter laufen muss um uns anzuditschen guck mal da ist zum beispiel einer wobei wir hatten ja die schrotze der schrotze dürfte das auch nicht so ein problem werden und jetzt sowieso nicht kaum noch so wir sammeln die einmal ein zack man hat uns gar nicht bemerkt nein okay dann mit der schrotze geht's in die 00 dieses minibike das macht mich fertig noch ganz viel noch ganz viele gelbe pflanzen der hört sich so laufend an getäuscht gerade so die 00 ach das sah eben aus wie ein schild das sah eben vom weiten aus wie ein schild die 00 ist ja zum glück gar nicht so weit weg beziehungsweise mit dem minibike ja auch ziemlich gut zu erreichen beim letzten mal sind wir ja nur durchgedüst jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen looten hier hier waren hier waren aber auf jeden fall ähm die polizisten waren da hunde waren da und wir hatten ja dann zuletzt auch noch mal eine kreisch rennen hallo wuff ja hier kommen so kohle werden wir jetzt da nicht unbedingt finden müssen wir uns halt auch noch mal auf den weg machen dass wir da irgendwie oh verzeihung dass wir da irgendwie noch mal eine äh oh schön warte screenshot dass wir da noch mal eine Ader finden wäre echt wichtig kommen wir hier eigentlich auch runter wo ist der zu steu das könnte äh wir gucken mal hier weiter gucken wir da ist auch ein Hund fahren hier durch wahrscheinlich gleich durch eine Bombe oder so sind auf jeden fall wieder bei 155 und das wäre auch ganz gut wenn wir mit dem Minibike hier hinten in der 00 sind dass wir die Aktion hier überleben immer noch ziemlich ganz schön steil hier so und dann irgendwie mal ein kluges Objekt hier aussuchen wo man ein bisschen was looten kann am besten da wo nicht gleich 7000 Zombies sind weil wenn wir hier anfangen los zu rotzen dann werden wir auch die ersten Zombies direkt auf uns aufmerksam machen und somit auch Hunde deswegen bin ich wieder der stille Genießer hier ich packe einfach mal schon mal so gelben Pflanzen werde ich tendenziell weniger gebrauchen ich schaufel jetzt auch nicht unbedingt da brauche ich die Woodframes wahrscheinlich eher mal so dahinten ist das schon Pulle? ne die macht aber komischere Räuche nehmen wir mit gucken wie lange wir uns hier lang trauen da ist ein Spider ich will nicht gerade ob ich das Minibike mitnehmen was für ein Schisser der geht in die andere Richtung okay aber ich bin auch nicht sensed alles klar na gut wenn er weg geht oder hat er das nur angetäuscht? guck mal hier hätten wir nochmal Kiste ein bisschen aufpassen jetzt der ist tot okay 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 huh das Routen schon immer so langsam bei mir gewesen okay keine Hunde den erledigen wir auch gleich okay wir wollen ja ein bisschen skillen hier mit der Schrotze am besten dass wir irgendwann mal so weit kommen dass auch ein Schuss reicht ich hatte ja so schon ein paar Punkte da reingeballert naja ich weiß nicht nicht dass er hier gleich vom Dach runterkommt ich weiß nicht Hundi komm auf mich zu komm auf mich zu zu weit weg ne oh moin boah der hört sich so ekelhaft an oder okay alles groge oh ich muss schon sagen ich bin ein bisschen angespannt hier in der 00 Stadt aber wir wollen uns ja hier mal rantasten die Munition ist ja noch nicht die allergeilste das skrippeln wir mal floddy so du bist auffällig ich glaube dieses Zielen macht mehr Schaden wie ich das richtig verstanden habe das wurde mir jetzt quasi beigebracht dass man halt in dieses Zielen geht und dann erst schießt soll man mehr Schaden machen als aus der Hüfte das doofe ist natürlich warum ich das relativ selten mache ähm du triffst im Zweifel nicht also nicht richtig so da könnten wir natürlich rein aber wir haben hier natürlich auch noch nichts gelootet ich würde hier erstmal gerne reinschauen wollen gucken was wir hier noch finden geht ein bisschen sprüdi kann man zur Not als Explosions Geschichte nehmen und auf dem Dach schauen wir uns das gleich auch nochmal um ich hätte aber auch gedacht dass hier noch eine Werkbank drin sein könnte also nicht dass es muss aber wir haben ja schließlich eine aber so eine Werkbank kann ja in der Regel nicht schonen vielleicht finden wir bei den Rezepten hier noch was ne aber apropos Rezepte wir könnten uns rein theoretisch die Iron Klamotten endlich mal fertig machen so hier haben wir alles bis auf Leder gibt es ja hier glaube ich auch nichts ne ne bei denen nicht ok die Klamotten nehmen wir auch erstmal mit so hier einmal Mining Tools Mining Tools ne siehst du das wird aber wahrscheinlich immer noch nicht reichen um mit einem Schlag ein Sandfeld weg zu bekommen ok hier ist auch alles gut Pistole no aber dann ist die Tasche auch schon wieder fast voll ne ich meine wie schnell man hier was lootet das ist schon ordentlich so von hier kommen wir glaube ich ja auf Dachumruf guck mal und da ist die Tasche schon voll doch das ist auch gar nicht noch nicht viel gemacht aber die Tasche ist voll warte mal die könnten wir eigentlich eigentlich könnten wir die beiden Scrappern ich mach das einfach mal na komm das Brot ist jetzt auch nicht so wichtig und in der seien die ich auch nicht oh aber wir den wenigstens mitnehmen das nehmen wir mit Pipe können wir auch gleich nochmal Scrappen und da ist die Tasche schon wieder voll so das lernen wir direkt mal auch wenn wir das kennen so haben wir hier noch was da drüben ist auf jeden Fall noch so die Federn kriegen wir nicht mit hier zack Scrap Scrap und mitnehmen ok so dann nehmen wir die Neger noch mit auseinander und vielleicht die Pipes kriegt er nicht mit wir gehen nochmal kurz zum Mini-Boog können wir hier runter springen und so jetzt wollen wir uns die Füße brechen vielleicht hier auf den Mülleiber auf joa geht warte mal hab ich hier auch noch ein Desk gesehen ne so wir packen ein bisschen was mit dem Mini-Boog alles roger so obwohl die Videomedia können wir natürlich auch direkt Blut könnten wir eigentlich auch da lassen ist jetzt auch nicht so wichtig ja das kann alles nicht stacken das packen wir mal rüber das könnten wir eigentlich essen kann auch nicht stacken ganz klar dann sortieren wir hier nochmal ja viel Platz haben wir nicht die Steine könnten wir zur Not auch nochmal da lassen essen können wir das momentan noch nicht bisschen warm ist uns auch und hier ja aber momentan habe ich noch diese Scrub Iron Klamotten rein theoretisch könnte ich auch die Iron Klamotten jetzt mittlerweile mal machen da hatte ich ja ein paar Rezepte gefunden na oh wir gucken jetzt mal oben hier zu Ende nehmen die ganzen Resten noch mit ich guck mal der ups ich guck mal der ist noch nicht weg doch oha der ist aber relativ zügig weg da muss man sich da ein bisschen beeilen so jetzt können wir auf jeden Fall erstmal wieder alles einnehmen da unten sehe ich noch äh mitnehmen da unten sehe ich noch einen oha nice äh einen Einkaufswagen den können wir auch nochmal auseinander nehmen ansonsten aber wieder relativ wenig Zombies das ist ja cool da können wir auch mal rein das habe ich ja auch so noch nicht gesehen oh oh ging gut Glückart oh da ist er wieder mutig ne ok ich lese dann machen wir gleich auseinander ok so komm mal ran hm ja ok 2 ok ging guck mal wenn du hier schon so liest nehmen wir dich auch mal mit klar das Auto kann ich jetzt auch noch auseinander nehmen aber wer nimmt nur Platz weg so scrub 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 ja gut ich hätte jetzt eigentlich hier nicht hergehen brauchen obwohl ein bisschen ein bisschen Platz haben wir wieder gewonnen so auch wenn wir jetzt ein bisschen ach Risiko ja weiß ich nicht ist das jetzt Risiko hier ohne Minibike hier hinten hin hier auf jeden Fall jemand brennen ist aber nicht hier drin das heißt wenn ich hier reingehe passiert erstmal nicht viel das heißt die laufen erstmal außen irgendwo gegen selbst wenn wir hier einen Hund haben können wir den können wir den erstmal so töten so die ditchen auch nur dagegen und eine Biene wir haben natürlich jetzt viel Aufmerksamkeit gerade das war jetzt mittel gut denn ich fühle mich jetzt die ganze Zeit beobachtet beziehungsweise das Gefühl dass hier direkt ein Zombie neben mir steht ist sehr wahrscheinlich beziehungsweise ich krieg's ja nicht mal richtig mit so komm mal her die macht mir zu viel Alarm oh Gott ich weiß nicht ob einer hinter mir steht okay wenn die hier drin spawn das hat auch ein bisschen hässlich so pass mal auf zack 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 frame oh mach mal so sag mal fuck moin ist noch nicht der Plan da hinten ist ein Bulle das sind ja nur die drei hier ach Gott jetzt haben wir hier gleich eine ganze Horde geholt da wandern welche lang zieh die mal hier so mit lang die sollen da hinten weiter gehen ich würde nämlich gerne den Zeef mitnehmen da wandern echt welche lang ne oh shit kriegen wir den Bullen platt ne ich glaube nicht ein bisschen schräg laufen ja genau das ist ja mal eine Besonderheit bohlen zu sehen wird man noch spucken äh noch ist der nicht kurz vorm explodieren Oh shit Scheiße Scheiße, ich konnte es nicht Ändern und da ist noch einer Hat er seine Sachen verloren? Eigentlich ja, ja, ne? Scheiße, ne, wenn er Oh, kriegt er seine Leute da angespuckt? Ist ja natürlich auch witzig Ah, wenn er explodiert, dann verlierst du den Loot, ne? Ist leider so Mal viel Action gemacht hier Haben wir ein paar Leute, die hinter uns wer sind Wir looten nochmal den Rest hier So Mal einmal hier lang Flitzen Habt ihr da ebenfalls auf dem Boden gesehen Dachte ich zumindest Und den Rifle Stuck glaube ich aber nur Ja Ah, ich hab letztens beim Community zocken Hab ich die Sniper Mal bekommen Richtig nice Also Sniper Selbst ohne Skill Also sprich ohne Skill Level Mega nice Sag mal Ach, die Schüssel hier Und kein Loot dabei Naja So Okay, die sind natürlich immer noch Kommen alle hinterher hier Sind immer noch alle Hähne mir Zum Bläser Sag mal Schreib mir nicht so ins Ohr Stuck Jetzt nicht unbedingt So Kommen wir jetzt nochmal An Tresorraum ran Ich glaube nicht So rein theoretisch Ja Mal gucken Kommen wir hier relativ ruhig Ähm Hab ich den eingesammelt? Sensed 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 Okay, der geht nur außenrum Okay, das müsste ja trotzdem möglich sein Sehr unwohles Gefühl Ich könnte natürlich Hätte da natürlich auch ein Frame reinsetzen können So Das kennen wir Das kennen wir auch Das Grippeln wir Und dann nehmen wir den Einkaufswagen hier nochmal mit Vielleicht können wir uns ja nochmal So eine Zugbrücke bauen Das wäre eigentlich ganz cool Ja Sehr gut Aber hier schon dran Den noch Zack So Wir sind am Ende einer Folge angekommen Wie wir hier Wieder rauskommen Das sehen wir in der nächsten Folge Und zwar am Donnerstag um 15.30 Seid wieder dabei Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Und ich freue mich wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet 15.30 gibt es die nächste Folge Versprochen Bis dann Euer Gonchi Tschüss